Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kirby und das magische Minigame! Das letzte Mal haben wir nicht nur die Bonus-Stages in Dreamland abgeschlossen komplett, sondern haben auch noch den Stoff- und Möbelladen leer gekauft, haben 100% aller Items und jetzt fehlen nur noch 100% aller Stoffe bzw. Tapeten. Und da fehlen noch 31 Stück. Schauen wir doch mal, was Suchmich dazu in den Türmen des Sturms zu sagen hat. Zwei Minuten haben wir für alle Suchmichs. Hauen wir rein! Wir haben Tapeten zu sammeln. Ganz, ganz viele. Okay. Drei, drei, eins und los. Ich bin ja schon froh, dass die Perlen gereicht haben für die Shops. Das fand ich schon ziemlich gut, denn ich weiß noch bei meinem ersten 100% durchspielen, dass ich noch zusätzlich Perlen sammeln musste aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, denn dieses Mal kam ich echt mit meinen Perlen supergut zurecht. Mit denen, die ich hatte. Da ist nix. Such mich, wo bist du? Nur wohin. Nee? Ach, egal. Vielleicht da drüben? Hä? Wahrscheinlich unter einem dieser Dinger. Würde mich nicht mal wundern. Da drunter ist 100%ig einer. Sowas schon offensichtlich. Okay, unter dem anderen dann vielleicht. In die rechte Zeit startflöten. Oh. Das ist ja gemein. Hallo, such mich. Äh, okay. Nein, Kirby. Hör auf damit. Die Perle ist mir egal. Hier noch drei. In 45 Sekunden. Uiuiui, das könnte echt knapp werden. Einfach mal hoch da. Nummer drei. Uh, knappe Sache. Ah. Nummer vier. Und, oi. Wo ist Nummer fünf? Such mich Nummer fünf. Wo bist du? Muss nach unten. Bambe reicht nicht. Die Waddles sind auch tot. Der ist 100% da drunter. Oh Gott. Komm schon. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Ja, da ist er. Haha, entdeckt. Hahaha, das war gar nicht knapp oder so. Hoi, hoi, hoi. Und noch ein neues Such-mich-mini-Spiel. Hey, hey, hey. Zumindest fehlen jetzt nur noch 30 Tapeten. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Äh. Na gut. Buttertürmchen. Okay. Maulwurfbau. 15 Sekunden. Okay. Ja. Ein, zwei, eins. Ähm. Komm schon. Ah. Wunderbar. Das ging doch. Bisschen knapp, aber es ging. Meine Herren. Hahaha. Und noch ein Such-mich-mini-Spiel. Und es fehlten nur noch 29 Stoffe. Ey. Flop. Prima. Wunderbar. Machen wir als nächstes. In der Grusel-Villa. Das ist natürlich wunderbar. Hier such mich zu verstecken. Ui. Drei Minuten haben wir. Bin gespannt, ob ich die alle brauchen werde. Drei. Zwei. Eins. Okay, dann schauen wir doch mal. Ob ich fündig werde. Eins. Da oben vielleicht. Schauen wir mal. Ich bin nicht weit genug gesprungen. Das war blöd. Okay. Donks. Nee, da ist keiner. Das ist auch nix. Äh. Da geht's auch hoch. Kein Such-mich. Kein Such-mich. Kein Such-mich. Such-mich. Hallo. So. Next. Fehlen nur noch drei. Na, da drüben ist nix. Na gut. Hep. Da oben vielleicht. Nein. Hätte ich jetzt fast gut gerechnet, muss ich mal so sagen. Da vielleicht. Unter Umständen. Ah, da ist er doch. Hallo. Du brauchst hier gar nicht in ein Versteck, Mann. Okay. Fehlen nur noch zwei. Ähm. Da oben. Nope. Ach, egal. Nee, nicht egal. Oh Gott, doch egal. Okay. Da ist Nummer vier. Und Nummer fünf hängt hoffentlich hier oben irgendwo ab. Ja. Wunderbar. Das war doch gar nicht so schlimm. Da fand ich die vorher schlimmer. Die waren ein bisschen panischer. Wunderbar. Und das waren alle Such-mich-Mini-Games. Es gibt kein Such-mich-Mini-Spiel mehr. Wir haben alle erledigt. Prima. Klopp. Gespenst. Wunderbar. So, jetzt können wir nochmal gucken. Da. 18 von 18. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Raus hier. Erstes Minispiel komplett abgeschlossen. Wunderbar. Next. Nehmen wir Perlina als nächstes. Machen wir die auch hinter uns. Schauen wir mal, wie viele Minigames hier noch auf uns warten. Ich habe die Befürchtung, dass das meiste wieder bei Mara hängen wird. Wispis-Walz sammelt 250 bei 30 Sekunden. Okay. Schauen wir mal, ob ich das hinbekommen werde. Ja. Dankeschön. Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Auf die blöden Kanonen. Natürlich. Donks. 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 Rüber. Äh. Hopp. Nein. Ah. Das war blöd. Na, schauen wir mal, ob das jetzt noch reicht. So nicht. Ach, ja. Okay. Starten wir nochmal neu. Äh. 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 Ich hasse Perline. Äh. Äh. Was für schlimm wie Mara. Perline ist schlimmer. Mhm. Äh. Na gut. Nochmal. Nur nicht beeilen, Kirby. Wir haben Zeit. Äh. Ich hoffe mal, die waren nicht wichtig. Falls doch, habe ich jetzt ein Problem. Äh. Komm schon. Doch, die waren wichtig. Die sind alle wichtig. Jede einzelne Perle ist wichtig. Ah. Mann. Ah. Äh. Na gut. So. Ih. Na, wie ist denn die Stacheln? So, dann erst mal nach unten hier. Okay. Äh. 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 Wunderbar. Na bitte. So muss das. Und natürlich noch ein Perline-Level. Weil es so schön war. Ah. Wunderprächtig. Okay. Next. Gemütliche Hütte. 680 Perlen in 50 Sekunden. Was für komische krumme Zahlen. Hahaha. Ja gut, wirklich krumm ist es nicht. Es ist eine gerade Zahl. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann wüsste ich, worauf das hinausläuft. Wunderschön. Klopp. Hey. Das sieht aus wie ein Feuerwerk. So ein bisschen irgendwie. Mit viel Fantasie. Ih. Das ist ein großes Feuerwerk. Oh Gott. Da hat das Spiel sogar kurz geleckt. Meine Herren. Das war ein bisschen zu viel Feuerwerk. Hey. Riesen-Mega-Ultra-Feuerwerk. Gedöns. Könnte das bitte reichen? Danke. Hahaha. Hey. Na bitte. Sehr schön. Und noch ein Perline-Level. Von mir aus. Wunderbar. Oh yeah. Hotdog. Na gut. Was hast du denn als nächstes? 340 Pern und 40 Sekunden in der Stadt der Zukunft. Ui. Wahrscheinlich auf der Achterbahn. Hä? Das wäre schön. Wo ich alles so schön verpassen kann. Sag ich doch. Hahaha. Als ob ich es wusste. Achterbahn. Das ist ja richtig gefährlich hier. Ich hoffe, die sind nicht alle wichtig. Äh. Achterbahn. Dankeschön. Nein. Die wären wichtig gewesen. Die meisten jedenfalls. Wie gemein. Wie gemein. Na gut. Okay. I got this. Sag ich doch. Alles im Griff hier. Okay. Nein. Kirby. Was machst du denn? Warum? Ich bin doch gar nicht abgesprungen. Kirby. Du Pfeife. Hahaha. Hahaha. Oh. Oh. Wie habe ich so schön die ganzen Perlen jetzt erwischt? Nö? Okay. Jawohl. Ich habe wieder alles erwischt. Wow. Ich tue ja fast so, als könnte ich das hier. So. Ich wäre dir sehr verbunden, Kirby. Wenn du jetzt nicht einfach wieder nach unten knallen würdest. Okay. Okay. Wunderbar. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass die Zeit abgelaufen wäre. Abflug. Ah. Noch ein Perlen. Yay. Wunderbar. Sehr gut. Immer mehr. Oh boy. Oh boy. Maschendraht. Maschendrahtzellen. So. Und Maulwurfbau. 240 Pern in 40 Sekunden. Und ich gehe davon aus, dass ich diese blöde Maulwurfpower brauchen werde. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Natürlich. Denn ich mag die ja so sehr. Nein, da. Die erst mal drei Sekunden nur dafür drauf gehen, ne? Was für diese blöde Maulwurfkacke? Hä? So. Wenigstens kriege ich irgendwie einen Pfad vorgegeben. Je. Komm schon, Kirby. Hau rein. Wunderbar. Hä? Ich hatte kurz Angst, dass es nicht reichen würde. Uh. Fehlt nur noch ein Perlin Level mit Zug. Ich weiß gerade nicht, ob es das gibt. Falls ja, werde ich weinen. Und viel schneiden. Okay. Okay. Mehr Perlen. Mehr Perlen. Mehr Perlen. Bäh. Tannenaufzug. 82 Perlen in einer Minute. Okay. Na, von mir aus. Hä? Das wird ein Spaß. Drei. Zwei. Eins. Gut. Erstmal voll daneben. Das ist ein guter Einstieg. So. Okay. Gehen wir weiter nach oben mit dir. Gehen wir weiter nach oben. Oh Gott. Ich habe den Waddle an dem Regenschirm verständet. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das kann ich neu starten. Oh Gott. Mann. Äh. Da. Ah. Ah. Manchmal streut sich allerdings auch Kirby dagegen gesteuert zu werden, habe ich das Gefühl. Wie? So. Du stirbst jetzt. So. Das hast du dir verdient, Waddle. Das hast du dir verdient. Du Drecksau. Mit dem Waddle du will ich sowieso nichts zu tun haben. So. Ich habe ihn nicht aufgeschnürt. Das wird niemals reichen jetzt. Gehe ich mal schwer von aus, dass das nicht hinhauen wird. Ich probiere es trotzdem mal. Ne, das haut nicht hin. Das sehe ich jetzt schon. Meine Herren. Und dann auch noch ein Autoscroller, Mann. Beziehungsweise nicht mal ein Autoscroller. Das scrollt ja nur automatisch, wenn ich scrolle. Ja. Zu viel hier, ey. So. Hups. Ah, ich wollte ihn noch erwischen, bevor er landet. So. Okay, dann kümmere ich mich jetzt hier um den Waddle du. Waddle du. Waddle du. Waddle du. Wunderbar. So ist schon viel besser. Äh. Okay. Das war so nicht geplant, aber in Ordnung. Was auch immer du sagst, Spiel. So, du stürbst. Und du bitte auch. Äh. Äh. Wunderbar. Ah, schön. Meine Herren. Und immer noch nicht zu Ende. Perline. Perline. Es nimmt kein Ende. Ja, gut. Tannen. Wunderbar. Toll. Ich freu mich. Ich kann katzen vor Freude. 350,5 Sekunden der Mondbasis. Ja, wunderbar. Ist auch nur Low Gravity hier. War doch Low. Ne, war nicht Low Gravity. Mondbar. Ne, doch. Ja, nein, vielleicht. Ach, keine Ahnung. Doch, Wallow Gravity. Na gut. Ich hoffe mal, die waren nicht wichtig. Ich hoffe mal, die waren nicht wichtig. Oh, boy. Holy shit. Ich will doch nur an die Perlen hier ran. Oh, okay. So. Die waren wichtig. Natürlich waren die wichtig. Ich muss die haben. Oh, boy. Okay. Was im Stress, ey. Die haben wirklich den Nerv 352 Perlen in dieses Level zu packen. Ich pack's nicht. Na gut. Hierbei. Yes. Planetarium. Na gut. Und die Halbert. 1200 Perlen in einer Minute 20. Na, das klingt doch toll. Wenigstens eine coole Stage. Drei. Zwei. Nice. Gummimisch. Gib Gummimisch. Oh, der Stern war aber in der Originalstage nicht da. Denke ich. Oh boy. Okay. Nein. Die behalte ich. Vielen lieben Dank. Wow, das Level scrollt ewig schnell. What the fuck? Nein. Okay, ich hab noch... Okay, alles gut. Ich hab alles im Griff hier. So, wunderbar. Wunderbar. Alles tutti, Paletti. Zum Glück bin ich Bulletail erprobt. Oh, das ist eine gute Position, glaub ich. Das ist keine gute Position. So, macht aber auch nix. Komm. Gibt Stoff. Hahaha. Nicht mehr viel Zeit hier. Die geholte Perlen. All of them. Jiii. Alles meins. Ja. Haha. Gerade noch geschafft. Hahaha. Meine Herren. Was? Noch mehr Perlin... Uuuh. Mann. Uuuh. Das gibt's doch nicht. Kann die Alte nicht mal aufhören. Wir hatten genug Perlinestages in diesem Spiel. Mir reicht's. Ich werfe gleich den Controller weg. Äh, äußere Ringe. Tausend Perlen. Einer Minute. Keine Ahnung. Ah. Einer Minute dreißig. Okay. Ah, jetzt heißt aber wieder meschen, ne? Weil ich sonst nur diesen gebündelten Angriff hab. Wenigstens scrollt das Level nicht dreimal so schnell wie das Original. Ihh. Vielleicht mesch ich's doch nicht. Ah. Okay. Okay. Oder vielleicht mesch ich's doch. Schau euch das an. Oh Gott. No. You'll never get me. Alive. Oh Mist, die hätte ich erwischen sollen. Genau wegen den großen Perlen nämlich. Ach. Äußerst uncool. Nein. Okay. Nein. Hahaha. Oh Gott Okay Ich habe das Gefühl, da kommt wesentlich mehr Zeug auf einen zu Vor allen Dingen auch wieder in einer wesentlich höheren Frequenz So, meine Herren Danke Danke, keine Perline-Level mehr Oh Gott Endlich Wunderbar Plop Planet Na bitte Gut Dann würde ich sagen Soll es das erstmal gewesen sein für diese Folge In der nächsten Folge Schauen wir uns dann die nächsten Minigames an Und schauen wir mal, wie weit wir kommen Optimalerweise natürlich fertig Aber ich bezweifle es gerade ein bisschen Denn es fehlen noch Es fehlen noch ein paar Tapeten 88% Es fehlen noch 20 Na, so viel sind das gar nicht mehr Wir haben knapp die Hälfte Haben wir Ne, nicht knapp die Hälfte 31 hatten wir, ne Wir haben gerade mal 11 Tapeten geschafft In der Folge Vielleicht werden es doch noch Zwei weitere Minigame folgen Na, wir werden sehen Gut Dann würde ich sagen Was ist das erstmal von meiner Seite aus Ich hoffe das letzte Mal Hat euch gefallen Falls ihr abonnieren Könnt ihr gut bewerten Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin 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 Vielen Dank.